Möchte ein Kunde seine Bestellung in die Click & Collect Box zugestellt bekommen, nimmt der Mitarbeiter die bestellte Ware und den Lieferschein mit an die Box und meldet sich mit seinem Service-Schlüssel an. Auf dem Touchscreen wählt der Mitarbeiter über den Paketbutton den Empfänger und das passende Fach aus. Das gewählte Fach wird geöffnet und er kann die Bestellung mit Lieferschein in das Fach legen. Jetzt bekommt der Kunde eine SMS mit der Zustellungsbenachrichtigung. Box Concept – Wir handeln einfach